Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf war ein deutscher lutherisch-bietistischer autodidaktischer Theologe, Gründer und Bischof der Herrenhuter Brüdergemeine und Dichter zahlreicher Kirchenlieder, Leben. Zinzendorf war der Sohn von Georg Ludwig, Reichsgraf von Zinzendorf und Pottendorf und Charlotte Justin von Gerstdorf. Philipp Jakob Spinner war sein Taufpate. Zinzendorfs Vater verstarb früh, fortan lebte Zinzendorf in Großhennersdorf in der Oberlausitz bei seiner frommen Großmutter. Henriette Katharina von Gerstdorf, geborene von Friesen. Er besuchte von 1710 bis 1715 Dekasekunden Pädagogium der Frankischen Stiftungen in Halle, wo er sehr im Sinne des Pietismus geprägt wurde. Gerade August Hermann Franke selbst hatte großen Einfluss auf ihn. Zinzendorf gründete 1710 mit Friedrich von Wattwil den Senfkorn-Orden. Von 1716 bis 1719 studierte Zinzendorf an der Universität Wittenberg Rechtswissenschaft. Von 1719 bis 1720 unternahm er eine Kavalierstour in die Niederlande und nach Frankreich. Dort gewann er die Freundschaft von Menschen anderer Konfession, darunter Kardinal Louis-Antoine de Noelles, mit dem er in brieflichem Kontakt blieb und erlebte die Möglichkeit einer die Konfessionen übergreifenden Einheit unter Christen. Von 1721 bis 1732 war er Hof- und Justizrat in Diensten August der Starken in Dresden. 1722 heiratete Zinzendorf Erdmutter Dorothea Gräfin Reus-Ebersdorf. Im Mai des gleichen Jahres erwarb er von seiner Großmutter das Rittergut Mittelbertelsdorf in der Oberlausitz, wo er von 1722 bis 1724 die Kasekundenschloss Bertelsdorf barock umbauen ließ. Dort begann im Juni 1722 die Aufnahme von Glaubensflüchtlingen aus Meeren, Nachkommen der alten böhmischen Brüder. Diese gründeten außerhalb von Bertelsdorf, das unterhalb des Hutberges gelegen ist, die Siedlung Herrngut. Zinzendorf errichtete sich dort 1725 bis 1727 ein auch als Herrschaftshaus bezeichnetes Schloss, das er bezog so wie 1730 bis 1746 den Vogtshof. Der ab 1756 als Sitz der Schirmvogtei der Brüderunität diente, überließ Zinzendorfe das Schloss Bertelsdorf seiner Frau als Wohnsitz. Punkt, Punkt, Punkt. Aus der Gemeinde der böhmischen Brüder in Herrnhut erwuchs die kirchlich eigenständige Brüdergemeinde. Im August 1727 kam es zur Gründung der Herrnhuter Brüdergemeinde durch einen Bussack des Pfarrers Johann Andreas Rote, Zinzendorfs und der ganzen Gemeinde. Nach Zinzendorfs Tod übernahm die Brüdergemeinde 1764 Schloss und Gut Herrnhut, während einige von ihnen bereits 1737 nach Böhmisch-Rixdorf im heutigen Berliner Bezirk Neukölln umgesiedelt waren. Von 1731 an wurden auch die sogenannten Herrnhuter Losungen herausgegeben, durch Losverfahren ermittelte Bibelfase als Leitgedanken für jeden Tag. Die Losungen werden bis zur Gegenwart jährlich neu in viele Sprachen übersetzt herausgegeben. 1731 brachte Zinzendorf einen westindischen Sklaven von Kopenhagen nach Herrnhut. Seine Berichte von St. Thomas motivierten die Gemeinde zur Mischensarbeit. So begann 1732 die Mischensarbeit der Brüdergemeinde mit den Missionaren Johann Leonhard Dober und David Nitschmann. Sie reisten nach St. Thomas und waren bereit, selber Sklaven zu werden. 1735 begann die Mischensarbeit in Nordamerika unter Indianern in Georgia und in Suriname, 1737 unter den Koikoi in Südafrika sowie an der Goldküste, 1754 in Jamaika. 1734 wurde Zinzendorf als lutherischer Theologe ordiniert. Die Rechtgläubigkeitsprüfung erfolgte in Stralsund, die Ernennung zum Kandidaten in Tübingen. 1736 kam es zur Verbannung Zinzendorfs aus Sachsen, da seine Brüdergemeinde der lutherischen Orthodoxie zu selbstständig geworden war und als Bedrohung der einheitlichen Landeskirche angesehen wurde. Er ging in die südliche Wetterau und gründete dort die Gemeinde Marienborn in der Grafschaft Isenburg-Büdingen-Meerholz. Auf der Burg Ronneburg und den Hermhag. 1737 wurde er durch den reformierten Hofprediger Daniel Ernst Jablonski in Berlin, der zugleich Bischof der polnischen Brüderunität war, zum Brüderbischof ordiniert. Die polnische Unität war durch Sukzession mit der alten Böhmisch-Mehrischen verbunden. Deren eigene Bischofssukzession über Johann Amos Gomenius hinaus nicht fortgesetzt werden konnte. In den folgenden Jahren unternahm Zinzendorf Reisen als Prediger in die russischen Ostseegouvernemats-Essland, Liefland, Kurland und nach England, Nordamerika auf die westländischen Inseln und St. Thomas. Im Jahre 1747 wurde ihm die Rückkehr nach Sachsen gestattet. Und 1749 erreichte er für die Herrn Hutter Brüdergemeinde die Freiheit der Verkündigung und die Tolerierung der Gemeinde als eine der sächsischen Landeskirche verbundene Gemeinschaft. Von 1750 an lebte Zinzendorf meistens in London, dann seit 1755 in Bertelsdorf. Von London aus sandte Zinzendorf erregte Strafbriefe nach Herrn Haag, in denen er drohte, 20 bis 30 Menschen bis aufs Blut peitschen zu lassen und berief seinen Sohn Renatus von Zinzendorf nach England. Zinzendorf war über die Entwicklungen in Herrn Haag zutiefst erbost und ermahnte seinen Sohn umzukehren. Nach dem Tod seiner Frau Erdmutter Dorothea, zu der er sehr wenig Kontakt hatte, heiratete Zinzendorf einige Zeit später seine enge Mitarbeiterin Anna Nitschmann. Das Verhältnis zu Anna Nitschmann hatte er vor dem Tode seiner Ehefrau geheim gehalten. Werk Zinzendorf hatte Einfluss auf zahlreiche Theologen und Dichter wie John Wesley, Gotthold, Ephraim Lessing, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder und Friedrich Schleiermacher. Im 20. Jahrhundert bezeichnete ihn Karl Barth als erster echten Ökumeniker. Zinzendorf hat etwa 2000 Kirchenlieder gedichtet. Manche von ihnen werden heute noch gesungen, darunter das Lied Jesu, Geh voran. Am bekanntesten dürfte sein Tischgebet sein. Dem dichterisch-musikalischen Werk Zinzendorfs haben Musikproduzenten wie Jochen Rieger und Gerhard Schnitter schon Konzeptproduktionen gewidmet wie Jesu, Geh voran, 1989, Gerd Medin, mit dem Schulte und Emp, Gerd Studio Chor und Herz und Herz vereint zusammen. 2002 Henssler Verlag mit dem Solisten Ensemble Ehrungen. Gedenktag 9. Mai im evangelischen Namen Kalender der evangelischen Kirche in Deutschland und im Kalender der evangelisch-lutherischen Kirche in Amerika. Straßenwidmungen Einige der Zinzendorfstraßen sind ihm zu Ehren gewidmet. Kirchenweihen Einige Kirchen und Gemeinden tragen seinen Namen, so zum Beispiel in Berlin, Cottbus, Schmelwitz und Heidenheim. Kirchen25 Vielen Dank.